Meine Damen und Herren, willkommen zur nächsten Folge hier bei Tipps und Tricks, was man mit Müll so veranstalten kann. Also hier ein Feuerzeug. Man kann es natürlich entweder wegschmeißen oder auch noch ein bisschen Spaß damit haben. Zum Beispiel, man kann ein Feuerzeug in einen Rennwagen verwandeln. Ja, ganz einfach. Zum Beispiel. Das ist echt der Hör. Kein Sprit mehr. Kein Sprit mehr da. Jetzt ist der Marsch. Ist geschmolzen. Die Scheiße ist geschmolzen, Mann. Ohne Scheiße, guck dir das mal an. Guck mal hier. Ist das heiß geworden? Ist das rot geworden? Das ist gerade komplett am Marsch. Guck mal, das kommt da raus. Komm, soll man runterschmeißen jetzt? Das geht gar nicht. Kannst du sprengen? Geht nicht mehr. Spreng mal. Wie geht nicht mehr? Kaputt. Leer. Hey, was geht? Loser. Ja.